Und damit Moinsen zum Podcast, zum Spiel gegen Osnabrück und auch gleichzeitig zum Spiel gegen den KSC. Und ja, der jeder dieses Spiel gesehen hat gegen Osnabrück, wird wahrscheinlich eine ähnliche Meinung vertreten, nämlich dass es eine absolute Frechheit war. Also da war ich selten kurz davor, bei einem Spiel einfach wegzupennen wie bei dem Spiel, weil, tut mir leid, das war ja wirklich nichts. Das war ja wirklich gar nichts. Also klar, wie immer, die Spieltaten, die sprechen wie immer für uns. 15 Torschüsse zu 7. Aber wir hatten kein Ding, wo ich dachte, der hätte rein müssen oder so. Wir hätten eine fette Torchance gehabt. Nee. Osnabrück hatte eine gute Torchance, der Pfostenschuss, was aber sowieso am Ende Absatz gewesen wäre, den er da aufs leere Tor gegen Pfosten haut. Aber trotzdem, das Unschieden war zu 100% verdient für Osnabrück. Die haben dieses Unschieden zu 100% verdient bei uns. Und das ist einfach wieder mal so krass viel zu wenig, wenn man aufsteigen will. Es ist einfach zu wenig. Ich nehme es hier jetzt gerade am Donnerstagnachmittag auf, also noch lange nach dem HSV-Spiel, weil wir zumindest das Glück hatten, dass der HSV halt wirklich genau so scheiße blöd ist wie wir und sich am Ende noch ein Tor fängt in der 94. Minute. Da war die Schiri-Leistung anscheinend auch nicht so toll, aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber zum Glück sind die genau so blöd, wenn nicht sogar noch blöder wie wir. Und wirklich mittlerweile bin ich mir immer sicherer, dass diese zweite Halbzeit, die wir gegen HSV gespielt haben, wo wir das Spiel noch gedreht haben, wirklich gefühlt hauptsächlich am HSV lag und nicht an uns. Oder dass es auf jeden Fall eine Halbzeit war, die uns negativ oder in dem Sinne positiv geblendet hat. Weil alles, was drumherum passiert ist, um diese zweite Halbzeit drumherum, seit der Wiederaufnahme vom Spielbetrieb, war nicht gut. Wiesbaden war kacke, Kiel war kacke. Da hat man gegen HSV die erste Halbzeit, die war auch richtig schlecht. Die zweite Halbzeit war dann gedreht, also richtiger Hype, richtig geil. Das Spiel in Dresden war auch absolut nichts Besonderes. Gegen Dresden haben wir nur gewonnen, weil die seit 420 Jahren kein Spiel mehr gespielt haben. Und das Spiel gegen Osnabrück jetzt war auch einfach wieder schlecht. Also wenn ich mir den HSV in uns angucke, ist das einzige Team, das da oben wirklich verdient hat aufzusteigen und konstant verdient hat aufzusteigen, ist Bielefeld. Der HSV oder wir hätten uns das nicht verdient aufzusteigen. Mit solchen Kadern, mit solchen Möglichkeiten, jede Woche aufs Neue streitet sich der HSV und wir streiten sich darum, wer sich am Spieltag mehr lächerlich gemacht hat. Also wirklich, das ist der Wahnsinn, dass von uns beiden auf jeden Fall einer aufsteigt als zweiter Platz. ist eigentlich fast schon irgendwie frech. Also ich bin sowas von angepisst von diesem, oder was heißt angepisst, aber mittlerweile ist mir eigentlich auch nach dem Motto, wenn es den Spielern so scheißegal ist, wie sie es auf dem Platz zeigen, dass es ihnen scheißegal ist, ob wir aufsteigen oder nicht, da war kein Drang, da war kein, wir müssen das Tor noch erzwingen. Das war wieder eine absolute Schlafnummer. Warum soll es dann mich irgendwie großartig interessieren? Also die Spieler scheinen es wirklich nicht zu jucken. Null. Diese paar Spiele haben wirklich gezeigt, dass es die Spieler einfach wirklich nicht juckt. Null. Und jetzt beispielsweise, ich hole den Vergleich ungern heraus, aber gegen Osnabrück haben wir in der Hinrunde auch verloren. Oder was heißt auch verloren, aber es wird sich an mir in der Hinlage, weil du das Spiel einfach hättest gewinnen müssen. Dann gegen Kiel und Wiesbaden hast du auch verloren, genau wie jetzt. Aber in allen drei Spielen haben wir unter Walter einen besseren Auftritt hingelegt als unter Matarazzo. Ist einfach so, nach meiner Meinung. Ist einfach so. Gegen Osnabrück haben wir unter Walter direkt, keine Ahnung, in der vierten Minute oder sowas das Tor kassiert. Danach hatten wir Chancen über Chancen, weil wir nur zu blöd die reinzumachen. Hier, Chancen über Chancen, ein Scheißdreck, weil gegen Osnabrück gefühlt nichts. Und gegen Wiesbaden, das Spiel kennt ihr ja, da hatten wir 48 Torschüsse, auch da waren wir in Wiesbaden jetzt schlechter. Und gegen Kiel, gut, gegen Kiel waren wir auch schon beim ersten Jahr schlecht, aber da hatten wir auch mehr klare Torchancen irgendwie in Richtung, wir holen hier, wir holen einen Punkt oder sowas. Wenn man den Vergleich nimmt, weil von den drei Spielen direkt gegen HSV haben wir voll auf die Fresse bekommen, in der Runde, klar, das kann man nicht vergleichen, aber wir waren gegen HSV auch nur eine Halbzeit gut. Also, das ist schwierig. Wirklich schwierig. Stimmt zum Spiel, keine Ahnung. Da kannst du mittlerweile echt drauf scheißen, ne? Aber wenn ich mir sowas anhöre, oder sowas lesen muss, wie von einem Stenzel, wo steht es hier genau? Ich habe, wie gesagt, wieder alles, ähm, alles verlinkt. Hier, wir sind gut ins Spiel gekommen, sagt der Rechtsverträger. Und dann war es so ähnlich wie in Dresden. Wir dachten, jetzt sind wir im Spiel, jetzt läuft es von selbst. Also, dass du immer noch so spät in der Saison nicht merkst, dass die 2. Liga kein fröhliches Durchlaufen ist, du nicht jeden Gegner abschießt und das eben nicht alles von selbst läuft. Also wirklich. Ich muss wirklich stark anzweifeln, was mit dieser Mannschaft, oder was man rein aus den Aussagen raus, was in dieser Mannschaft falsch laufen muss, ist echter Wahnsinn. Also tut mir leid, was sollen denn solche Scheiß-Aussagen? Jeder weiß, um was es geht. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, wären wir durch. Ja, dann macht das halt auch. Diese Scheiß-Gelabere ohne zu liefern geht mir mittlerweile nur noch auf den Sack. Nur noch auf den Sack. Wenn wir alle gewinnen, dann steigen wir auf. Ja, Bruder, was kommt jetzt noch? Der KSC auswärts, Sandhausen zu Hause, Nürnberg auswärts und Darmstadt zu Hause. Ja, das sind, wenn du aufsteigen willst, vier sichere Siege. Aber genauso sind das auch sichere Siege gegen Wiesbaden, gegen Kiel und gegen Osnabrück. Drei Aufsteiger. Drei Aufsteiger. Nee, Kiel nicht. Sorry, das war der KSC. Die sind auch noch aufgestiegen. Gegen die. Das sind drei Aufsteiger gewesen. Gegen Kiel und Wiesbaden holst du null Punkte in zwei Spielen. Und gegen den KSC holst du bisher drei Punkte. Mal gucken, was das Rückspiel jetzt bringt. Wenn ich jetzt alles hier gerade richtig gesagt habe, hoffe ich mal. Also, von den Ergebnissen her. Das ist einfach wieder mal nicht genug. Das war wieder das typische VfB-Bild. Das haben wir seit Jahrhunderten. Das haben wir seit Jahrhunderten. Die ersten paar Minuten von der ersten Halbzeit, die waren gut. Wir kamen gut ins Spiel. Danach komplett nachgelassen. Und dann, zweite Halbzeit, kamen wir auch nach der Halbzeit kurz raus. Ich dachte, boah, gut, danke. Typische Halbzeitansprache quasi. Zweite Halbzeit sind wir wieder ein bisschen besser. Irgendwie wird man das Tor schon machen. Aber das Gefühl war nach zehn Minuten auch wieder vorbei. Ich hatte in diesem Spiel auch nie das Gefühl, dass wir jetzt hier irgendwie uns das Tor erzwingen. Nö, überhaupt nicht. Es ist einfach zu wenig, wenn du aufsteigen willst. Es ist einfach zu wenig. Fertig aus. Der DFB hat natürlich logisch, man kennt ihn, den Einspruch gegen das Wien-Wiesbaden-Spiel abgewiesen. Logisch. Warum soll der DFB auch irgendwas einsehen? Hitzesblecher meinte aber, wir warten noch eine schriftliche Urteilsbegründung ab und behalten uns vor, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Also bleiben wir weiter stabil. Schauen wir mal, ob das, aber das wird wieder wie immer auf nichts hinauslaufen. Man kennt es ja mittlerweile. Da noch so ein zwei, drei Nebeninfos, bevor ich zum KSC-Spiel komme. Hier auch, DFB-Richter Lorenz Einsprüche bekommen Kinder. Also so nach dem Motto, wenn irgendwer Einspruch einlegt, dann macht es das nächste Team noch eher auch wieder und sowas. Das ist ja auch wieder, ne, ein Regelverstoß kann nicht mit der Kommunikation begründet werden und sowas. Da ist wieder keine Einsicht am Start. An anderen, hier genau, die Mitgliederversammlung wird verschoben, ist ja auch logisch. Die wäre am 11. Oktober gewesen, aber das ist ja, kriegst du ja nicht wieder so viele Leute in einen Raum vermutlich und dann mit der Regelung aktuell und dann hat Missingland noch bestätigt, Vorna so ist ja die ganze Saison noch ausfallen wird. Also der hat sich dann scheinbar irgendwie noch verletzt dann in wo ist es, in der Corona-Pause Mitte März hat er sich verletzt und fehlt die ganze Saison mal gucken. Also wirklich, das ist echt schade, weil der war eigentlich gefühlt Stammspieler oder fast Stammspieler unter Walter oder zumindest mal seine Einsätze bekommen. Aber gut, gerade macht sein Mulder auf links eigentlich ganz gut und das wäre echt schade, das wäre das nächste Außenverteidiger Projekt neben Maffeo, was auch wieder nicht wirklich eingeschlagen hat, das nächste Talent, was wir uns da geholt hatten und der Reschke noch. Und dann geht es gegen KSC. Wir schauen auf die Tabelle und wir sehen mega geil die sind ja Sechzehnter, das passt ja voll in unser Beuteschema und da zu verlieren. Das passt voll ins Beuteschema. Aus einer Brück war vor dem Spiel, da glaube ich auch Vierzehnter und Wien-Wiesbaden ist siebzehnter noch. Gut, Dresden, das zählt für mich nicht, weil die einfach gefühlt nichts dagegen tun können, dass die absteigen werden. Auch wenn die natürlich jetzt, die haben ein Spiel weniger, haben 28 Punkte, die können natürlich, wenn sie das Spiel gewinnt, sind sie wieder vor dem KSC. Aber mal gucken. So vom Ding her sind die einfach komplett unfair gerade unterwegs. Also kein Training und nichts ist einfach völlig unfair für die aktuell. Aber die haben ja glaube ich gegen Wiesbaden gewonnen, zumindest mal im direkten Duell. Vielleicht geht da noch was. Und dann kommt ja auch schon Nürnberg, kriegen wir ja auch noch. Wo Sandhausen, Erhilfter, gut, Darmstadt nach oben auf fünften Platz. Das ist noch die Mannschaft, die wir am ehesten besiegen werden an den letzten Spieltagen. Weil wir spielen nur gegen gute Gegner, auch im Normalfall mehr oder minder gut. Gegen schlechte Teams stellen wir uns immer an wie die Größten Vollidioten. Ja, KSC, Statistik, Bilanzen. Da hast du die Spiele, da hast du gewonnen gegen KSC, das Torbinder in der Hinrunde erst. Ja, gegen KSC sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? 2,7 hast du vom KSC verloren, 2,7 hast du vom KSC auswärts gewonnen, zu Hause gewonnen. Gegen KSC sieht es gut aus, Statistik ist voll für uns beim KSC. Ist halt auch, ne? Ist halt auch abzuwarten, ob die das richtig als Derby sehen und wie sie es angehen. Weil es sind keine Fans da, der Derby-Faktor fehlt also quasi komplett. Aber, ja, du musst es trotzdem angehen, wie du jetzt das Spiel angehen musst. Weil du weißt ganz genau, du hast das Glück gehabt, dass der HSV zu blöd zum Kacken ist, hast immer noch zwei Punkte vor denen. Schlechteres Tordifferenz, äh, schlechtere Tordifferenz, klar, Bielefeld ist weit weg und Heidenheim auf dem Vierten hat auch so viel Abschirm, dass man sagen kann, dass man vielleicht noch maximal auf dem Dritten abrutscht und nicht mehr auf dem Vierten hoffentlich. Sollte man jetzt irgendwie reinkacken, was wir eigentlich aktuell mehr oder minder tun. Wir haben ja gerade nur das Glück, dass der HSV genauso blöd ist, sonst wären wir schon längst auf Platz 4 oder sowas. Aber andersrum für den HSV auch, ne? Die können sich auch glücklich schätzen, dass wir genauso blöd sind, sonst war der HSV auch schon noch einen Ticken weiter tiefer in der Tabelle. Ja. Die größte Befürchtung ist, dass der KSC dieses Spiel ernster nimmt als wir. Das ist für mich die größte Befürchtung. Es sind da 16er, die müssen da unten Vollgas geben. Die haben drei Punkte, gleiche Tordifferenz, gerade gleiche Tordifferenz wie Nürnberg, ähm, die drei Punkte vor denen sind, die brauchen jeden Punkt, wenn sie die Klasse genauso noch halten wollen und nicht über eine Relegation oder vielleicht sogar noch auf 17 oder 18 rutschen wollen. Also die müssen da Vollgas geben. Ähm, deswegen habe ich da ein bisschen Angst, dass der KSC das ein bisschen ernster nimmt. Die sind jetzt natürlich auch nicht so besonders rausgegangen, ne? Kam nicht so krass zurück aus der, nach dem Wiederaufnahme vom Spielbetrieb. Mit den letzten zehn Spielen sind es zwei Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Bei uns sind es mittlerweile fünf Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Das ist halt auch einfach nicht gut. Oder nichts. Diese drei Niederlagen sind einfach immer noch so dumm und dämlich und die Unentschieden. Deswegen Bielefeld nicht, aber das gegen Osnabrück jetzt. Man ist halt einfach gerade wieder mehr oder minder ein bisschen schlecht eingestellt aufs Spiel. Also ich zumindest, weil mich dieses Spiel gegen Osnabrück so angepisst hat. Es war so ein langweiliger Dreckskick. Du hast nur noch gar nicht gezeigt, dass du irgendwie wirklich den Anspruch hast aufzusteigen und solche Spiele dann halt gewinnen musst. Wenn du genau weißt, ich kann den Vorsprung weiter ausbauen. Dann hast du dich am Ende wieder dumm und dämlich hoffen müssen, dass der HSV das verkackt am Montag, was sie dann zum Glück noch hinbekommen haben. Sonst war der HSV jetzt vor uns. Hätten die gewonnen. So musst du echt wieder von Spieltag zu Spieltag gucken. Der HSV wird schon gespielt haben. Alle anderen auch, bevor wir am Sonntag spielen. Der HSV spielt am Freitag in Dresden. Also es soll im Normalfall gar mal so ein safer Sieg sein für den HSV in Dresden. Aber wer weiß, wer weiß. Aber gut, in Dresden haben es der Südge gewonnen. Das soll jede andere Mannschaft auch gewinnen können. Heidenheimspiel gegen Jan Regensburg. Die sind auch immer, ich hatte die mal weiter oben gesehen, die Regensburg sind auch auf 12. Mal gucken, was die machen. Aber theoretisch können die auch gewinnen. Gut, die haben jetzt in Hannover verloren, aber die haben gerade auch echt einen guten Aufstiegstrend. Sie sind auf dem sechsten Platz mittlerweile. Dann der 32. Spieltag. Wir haben ja wirklich nur noch zwei Wochen, am 28. ist die Saison vorbei. Da ist das letzte Spiel gegen Darmstadt, weil nächste Woche ist es eine englische Woche. Es wird für meinen Content ganz lustig. Mit Trailer, Podcast und alles. Es wird spannend, weil Mittwoch 18.30 ist es, es wird lustig. Und da auch wieder die Situation, dass alle Mannschaften schon ihre wichtigen Spiele gespielt haben, bevor wir dran sind. Das V-Spiel Dienstag 18.30 gegen Osnabrück zu Hause. Ha! 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 Bin immer sehr gespannt, ob sich der HSV da genauso scheiße dumm anstellt wie wir oder ob die sich da keine Blöße geben. Und Heidenheim spielt in Fürth, was ja irgendwie, ich finde auswärts Fürth gar nicht mal so easy. Klar, wir haben da auch verloren, aber Fürth ist jetzt gar nicht so verkehrt. Tabellarisch Neunter. Also, ich glaube, dass Heidenheim uns da oben noch irgendwie krass angreift, ist, würde ich mal hoffen, relativ unrealistisch. Ich glaube, der HSV und wir machen schon Platz 2 und 3 untereinander aus. Ich glaube, da sollte hoffentlich nicht mehr der Fall kommen, dass der HSV oder wir noch irgendwie auf den 4. sogar abrutschen könnte. Und dann, vorletzter Spieltag, wir spielen alles dann gleichzeitig, Sonntag 15.30 in den fetten Konferenzen. Nürnberg ist dran. Wir spielen in Nürnberg, die sind 15. aktuell, kann irgendwie die bis dahin abschneiden werden. Außer wenn wir ein Team, was ganz, ganz unten am Start ist. Das war echt meine Hoffnung vor der Saison, da ist das Spiel mal raus, kam geil. Ich weiß, ich bin in Ansbach, das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Nürnberg weg. Geil, da kannst du dann mit Kollegen nach Nürnberg fahren vorletzter Spieltag. Und dann, wie damals, war ich auch in Nürnberg bei einer Aufstiegsessource, aber dann nicht der vorletzte Spieltag, sondern, keine Ahnung, viertletzte, fünftletzte Spieltag oder sowas. Dann fährst du da hin und kannst dann hoffentlich dort schon mehr oder minder den Aufstieg sicher machen und dann die Woche drauf zu Hause im Heimspiel gegen Darmstadt wieder eine Party feiern, einen Aufstieg und so weiter und so fort. Das war jetzt die große Hoffnung, aber gut, Corona macht eine Strich durch Rechnung, das wäre echt geil gewesen, weil ich bin direkt hier dran, hätte easy nach Nürnberg fahren können, Auswärtsspiel, da auch wieder die letzten paar Auswärtsspiele wieder mit 20.000, 25.000 Auswärtsfans hinfahren. Na, das klappt jetzt ja leider nicht und so wird das Spiel für mich auch deutlich, deutlich interessanter. Wenn Nürnberg spielt, echt nicht gut, aber die haben dann vermutlich, je nachdem, was halt tabellarisch passiert, immer noch da unten irgendwo auf 14, 15, 16 unterwegs, wenn die da unten irgendwo sein. Das passt wieder vollkommen in unser VfB-Beuteschema, dass du da verlierst. Oh je, dann haben wir den letzten, naja, sind wir gar nicht durch. Und da ist dann das Interessante, dann spielt nämlich Heidenheim gegen den HSV. Vorher ist der Spieltag, Heidenheim gegen den HSV, das direkte Duell, dann nehmen die sich am besten einfach beide Punkte weg und spielen da unten schien oder sowas. Oder tabellarisch, wie es dann halt aussieht, darf auch keiner der Heidenheim gegen den HSV gewinnen oder sowas, wenn es dann uns quasi nicht wehtut, dass Heidenheim gewinnt. Keine Ahnung. Aber das könnte so das Spiel sein, wo ich dem HSV noch am ehesten, rein von den Gegnern her am ehesten zutraue, dass sie wirklich verlieren oder ihnen Punkte weggenommen wird. Aber gut, der HSV hat auch gegen Kiel keine Punkte abnehmen lassen müssen oder wir hätten gegen Osnabrück uns keine Punkte nehmen lassen müssen. Das ist immer so schwierig. Letzter Spieltag, dann auch wieder alle parallel, wir gegen Darmstadt zu Hause. Darmstadt ist ja auch gerade noch irgendwo Fünfter unterwegs. Wer weiß, wer weiß. Ich mache jetzt gerade so eine kleine Prognose, weil ich einfach nicht viel zu den Spielen mehr zu sagen habe. Das kann man glaube auch mal machen, so viele Spieltage vor Saisonende. gegen Darmstadt ist dann wieder so das Ding, das ist dann so quasi Faktor, du spielst gegen jemanden, der weiter oben steht. Das heißt, im Normalfall ist es für uns immer ein bisschen besser oder spielen wir da immer ein bisschen besser. Und der HSV spielt gleichzeitig gegen Sandhausen. So, wenn man direkt vergleicht, der HSV spielt in Dresden, musst du gewinnen, wir spielen beim KSC, musst du gewinnen. HSV spielt gegen Osnabrück zu Hause, musst du gewinnen, wir spielen gegen Sandhausen zu Hause, musst du gewinnen. Wir spielen in Nürnberg, musst du gewinnen, HSV spielt in Heidenheim, das ist dann schon ein bisschen kritischer. Wir spielen zu Hause gegen Darmstadt, musst du gewinnen, HSV spielt zu Hause gegen Sandhausen, musst du gewinnen. Also wenn du rein von der Qualität gehst und rein von dem, wenn du davon ausgehst, dass beide Mannschaften aufsteigen wollen und Vollgas geben, sollte im Normalfall sollten wir 4 von 4 Spielen gewinnen und der HSV 3 von 4 Spielen und da halt vielleicht in Heidenheim einen Punkt holen oder sowas. Das würde uns reichen zum Aufstieg. Das ist das Ding, jetzt haben wir zwei Punkte Vorsprung, wenn wir jedes Spiel gewinnen, sind wir durch. Wir haben es jetzt zum Glück, zum Glück immer noch in der eigenen Hand. Das wäre jetzt anders gewesen, wenn der HSV jetzt ein Punkt vor uns wäre. Also eigentlich sehe ich uns, rein vom Spieltagsplan her, sehe ich uns im Vorteil. Weil der HSV hat für mich noch ein schwierigeres Spiel vor uns, wie wir. Der HSV hat das schwierige Spiel in Heidenheim und rentabellarisch ist das schwierigste Spiel von uns zu Hause noch gegen Darmstadt. Aber man weiß ja genau, dass der HSV ebenso wie wir überall Punkte liegen lässt, wenn sie wollen. Und wir können natürlich jetzt überall, bis dann auf die zwei Spieltage gleichzeitig laufen, überall voll ausnutzen, was passiert. Der HSV spielt vor uns, Heidenheim spielt vor uns, dann spielen wir gegen KSC. HSV spielt vor uns, Heidenheim spielt vor uns, dann spielen wir gegen Sandhausen. Wir können volle Karacho ausnutzen, was dann passiert. Wenn du jetzt wirklich der Spielplan spielt uns 100% in die Karten eigentlich. Du musst jetzt die Situation 100% annehmen und dieses Scheißspiel gewinnen. Fertig aus. So einfach ist es. Und da habe ich ja gerade so ein bisschen meine Zweifel bei den letzten Herangehensweisen an die Spiele sehe, dass wir halt nicht 100%ig da sind und nicht 100%ig raffen, dass wir Siege brauchen, um sicher selber entscheiden zu können, dass wir aufsteigen als zweiter Platz. Das hat mir gegen Ausnerbrück gefehlt. Das hat mir seit der Wiederaufnahme vom Spielbetrieb gefehlt. Ist echt ein schwieriges Ding. Ein schwieriges Thema. Aber wenn man guckt, auch wenn man jetzt mit dem Tabellenrechner oder sowas machen würde, würdest du vermutlich uns, so wie es gerade eigentlich ist, so gefühlt mit zwei Punkten, einem Punkt Vorsprung oder sowas auf dem zweiten Platz, würdest du wahrscheinlich am ehesten uns als Aufsteiger sehen. Einfach weil wir zwei Punkte Vorsprung haben plus für mich eigentlich rein von den Mannschaften, tabellarisch und sowas, das einfache Programm haben. Aber wir werden sehen, was passiert. Wir kennen den Ablauf. Heute Abend geht der Podcast noch online. Morgen dann die Stream-Ankündigung. Samstag der Trailer, Sonntag der Stream und dann wird es ja relativ eng, denn dann kommt Dienstag auf jeden Fall der Trailer und dann musst du ja eigentlich Podcast und Stream-Ankündigung beide am Montag raushasseln und am Mittwoch kommt der Stream und dann schauen wir mal, weil ich vermutlich ja doch irgendwann mal wieder an irgendeinem Wochenende heimfahren werde nach Hause. Weiß ich noch nicht, wie es dann aussieht, ob ich dann das Nürnberg-Wochenende heimfahre oder ob ich am Wochenende vom Darmstadt-Spiel heimfahre und es da keinen Stream gibt, weiß ich nicht. Oder ich fahre erst eine Woche nach dem oder fahre erst nach dem Darmstadt-Spiel oder sowas nach Hause und dann gibt es für jeden Spiel noch einen Stream. Schau mal, weil es dann kann ich euch gerade noch nicht sagen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören, ja, irgendwie auch fürs Zuschauen für die, die auf YouTube gucken. Schreibe immer Kommentare auf jeglichen Plattformen, ich bin da überall unterwegs, Meinungen, Kommentare, was glaubt ihr, steigen wir noch auf, was glaubt ihr vom KSC-Spiel und dann bis zum nächsten Mal.